Eingriff haben wir noch nicht, platziere eine verdächtiges Pakete im Haus ohne Spuren hinzulassen. Proto, Baustelle, vielleicht, ja okay. Das ist halt nochmal. Echte, ein paar Dinge. Ja, das ist, das ist immer, also es ist im Endeffekt derselbe Charakter schon fast. Nur es ist halt eine andere nachfolgende Geschichte, du bist jetzt halt von der Mafia oder sowas, bist du gejagt oder wirst du gejagt. Wir haben das jetzt als Verschuldung derzeit. Oh, hier habe ich auch noch Black-Base-Sachen. Ich probte mal alles hier rein. Ähm, Leuchter. Äh, Schlüssel. Hausdekor. Lobos. Ich habe eine Katze. Zeigte gleich. Gehen wir mal mit. Äh... Ich muss mal kurz gucken. Da ist die Miezi. Verwende die Angezeigenen Tasten, um den Dietrich zu bewegen. Senke den Pin und verriegel ihn. Äh, okay. Ja. So was ist wie der andere Teil, das ist quasi der Nachfolger. So was hier? So, ja. ist es auch Mein Freund, der auch ein Thief war, wurde verletzt und ist aktuell in der Jäule. Du gehst da, rauskriegst, rauskriegst und weggekehrt zusammen. Wenn du das geschafft hast, werde ich alles tun, um dir zu helfen. Oh schade, was ist das? Ich folge den Text noch. Es ist eine Probe, also mach etwas schlusses und verletzt. Ich soll etwas Dummes tun, mich erwischen lassen. Okay, na, wund. Ja, ich hab's früher. Hab' ich denn geschrieben? Ich hab' nicht gesehen, was du geschrieben hast. Ich hoffe, du bist noch nicht weg. Ähm, ich hab' die Zeit gar nicht mehr drin. Oh, ich hab' das nicht gesehen. Entschuldigung. Ähm, ich hab' sonst immer die Uhrzeit mit drin, aber irgendwie hab' ich das jetzt nicht mit drin. Mensch. Ist mal nicht mit drin. Ich hoffe, das Internet funktioniert so einigermaßen wieder. So, dann verkaufen wir mal eben... Äh... Nein, du solltest nicht aussteigen. Du solltest auf die Box gucken. Grafiktablet, das können wir aufheben. Das können wir auch verkaufen. Die Breitwand können wir verkaufen. Okay, und das Bild können wir auch verkaufen. Du hast im zweiten Teil, du hast sogar hier einen Laden mit in der Pampa, ne? Wo du dir dein Zeug kauft dir. Er hat übrigens auch Donuts. Ich weiß es nicht. So, wir sollen etwas Dummes tun und tun wir mal etwas. Ich hab' die Brechstange nicht dabei. Hallo? Gut? Die hab' ich ja jetzt nicht dabei. Was ist, wenn ich mich vor dich hinstelle? Ja, ich weiß. Das war ich gerade Absicht mit dem Weg. Passiert das? Früher haben sie die Cops gerufen. Passiert anscheinend nichts. Doch. Nein, ich wollte doch, ich wollte doch Taschen... Na, wir müssen ja ins Gefängnis, das ist beabsichtigt. Das ist auch neu, dass wir ne Polizeistation um die Ecke haben. Okay, wo ist die denn hier? Okay, pass auf. Wir haben das Kamerasicherheitssystem. Befindet sich im Konferenzraum. Zwei Polizisten und zwei Sicherheitsleute. Alle bewaffnet. Schlüssel zur Ausgangstür befindet sich im Konferenzraum. Drei Ausgangstür und Schlüssel erforderlich. Okay. Jaaa, das stimmt. Wie würden die alles filzen? Oh mein goodness. Das stimmt. Und... Ach guck mal, das scheiß Ding bewegt sich sogar noch. Jetzt weiß ich nicht, wie ich hier rauskomme. Osterfolge von 1 von 5. Da hinten sind auf jeden Fall zwei Sachen. Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch ein bisschen was klauen. Okay. Okay. Jetzt wieder runter. Natürlich jetzt die Frage, wie komme ich hier weg? Ne? Das ist halt das Problem. Ha! Wir haben es geschafft! Nice! Ich weiß allerdings noch nicht, ob uns das irgendwelche... Einbruch mit der Brechstange? Oh! Oh, Mitarbeiter! Das war ja das. Mitarbeiterin. Um deine Hilfe... äh, Helferin einzudern, musst du ein Telefon nehmen. Ja, das wissen wir. Ich guck sofort. Und die richtigen Tasten drücken. Du kannst sie damit beauftragen, bestimmte Dinge zu tun, wie zum Beispiel Schlosserknacken, Anwohner markieren oder auch ein schwerer Schloss zum Auto tragen. Elferin kostet 100 Dollar. Das ist aber jetzt relativ günstig. Jordi! Moin! Das habe ich jetzt komischerweise mitgekriegt. Hahaha! Ja! Aber es ist halt, wenn man dann gerade so vertieft ist, dann kriegt man das nämlich nicht mit. Ja, der Hondo hatte vorhin reingeschrieben und ich habe das nicht gesehen, dass er reingeschrieben hat. Und, ähm, das ist dann immer so ein bisschen doof, wenn die Leute gerade reinschreiben und du kriegst eine Antwort, dass du nicht brauchst. Das ist auch immer ein bisschen, ja. Bei dir habe ich das jetzt durch Zufall gesehen. So, gelesen. Wann, Mann, Mann, was hast du gelesen? Was? Was? Was lesen? Hahaha! Achso, das ist bei Black Bay. Ja, dann verkommen wir es bei Black Bay. Mach mal das so rum. Steck wieder ein, hier. Steck wieder ein. So. Ähm, die da sehe ich auch hier. Die Maske. Kann ich, sitzt er die automatisch auf? Oder wie ist? Auch. So. Zu welchen muss ich? 108. Oh, wir müssen gleich mal gucken, wie wir den aufträgen. Die Akentaschen aus 108 und schick sie per Black Bay. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich da reinkomme. Guck mal eine Kamera hier. So, bestimmt komplett zu, oder nicht? Griss. Und wir haben hier einen Hund. So, haben wir hier keinen Hund. So, ja, Hunde habe ich gelesen. Kannst du mal sehen? Nein, die Brille ist nicht von vielen Mann. Die ist von wesentlich besser als vielen Mann. Ach, ich habe meine Drohne nicht dabei. Nein, sag mir nicht, die haben wir die Drohne geklaut. Das wäre jetzt richtig scheiße. Ah. Die haben ja mal echt mal eine Drohne geklaut. Was für Arschlöcher. Scheiße. Der Mieter ist bewaffnet. Da brauche ich erst Infos. Das mache ich erst, wenn ich die Infos dazu habe. Und ich brauche meine Drohne wieder. So, was haben wir denn hier noch für Aufträge? Warte mal, waren wir denn hier? Fertigkeit. Notizen. Baustelle. Safiere das Innere der Sicherheitszelle. Okay, da bekommen wir XP für. Jefferson. Zerstörung der Wechselstromgerät. Welcher ist das denn? 101. Waren wir das schon drin? 101. Wir müssen die Drohne auf jeden Fall wiederholen. 100. 106. 5. Wir müssen die 101. Nee. Gott sei Dank nicht. 101 waren wir noch nicht. kann das sein dass wir noch nicht wollen die 101 waren wir wirklich noch nicht jetzt gar bestöre das wechsel wechselstrom gerät ist eigentlich nicht doch ich hab die ich hab die brechstange aber ich bin mir nicht rüber ich nicht dran ich weiß gar nicht was macht der hund wenn der uns sieht hält er dann aber wir können das wir können das ja mal hatte wo habe ich die haben ja so mittlerweile ein handy dabei ohne fleisch sollte auch werfen üben es ist auf dem dach gelandet so Ja, lass mich hier rein. Die Baske, ne, setzt er die nicht automatisch auf, hier? Wann sind die denn weg? Ich müsste ins Haus, um ein Paket zu... Ah, da komme ich nicht rein. Ich brauche Stufe 3. Da komme ich gar nicht rein in das Haus, ne? Die hat jetzt auch keine Fenster oder sowas offen, wo ich da mal eben fix... Ventile da... Ist der jetzt ne Eingebung? Wo geht ihr jetzt hin? In den Garten, okay. Verdammt, ich brauche einen Glasschneider. Okay, dann hat sich das erledigt, dann komme ich hier nicht rein. Das ist natürlich jetzt schlecht. Oder habe ich die Drohne jetzt zu Hause gelassen? Das wäre auch möglich. So, was haben wir denn sonst noch an Aufträgen? Ah, Fertigkeitspunkte haben wir keine. Die Baustelle könnten wir machen. Das Fleisch könnte ich eigentlich auch hier lassen. Da brauchen wir keine. So, Zug 100 fahren wir mal zur Baustelle. So, ich habe die Rute mitgenommen. So, ich brauche unbedingt die Mikro-Kameras. Ey, nicht Necro, Mikro. Ja, sowas in der Art möchte ich dann filmen. Wo habe ich denn da? Von da ist die von da bis überhin. Wo komme ich denn da rein, hier? Läuft doch bestimmt einer rum, ne? Wo ist der denn hier? Oh, ich bleibe ja die ganze Zeit jetzt da. Okay. Okay. So, ich danke dir. Okay. Kommt! ich jetzt verfolgsjagd mit den kopf ich komme nicht weg scheiße weil die kamera mich gesehen hat okay auch nicht schlecht ja ärgerlich was willst du machen so wo stehen wir stehen mitten in der pampa gerade was habe ich hier bei 115 habe ich da auch irgendwas hier ja aber schon auf jeden fall die die route was haben wir hier bei dir noch darauf ihre die küche können wir machen muss ich nur das auto in zur seite stellen und zweckern die gleich bis 110 da wirst du eigentlich den schlüssel schlüssel habe aber ich glaube nicht dass das den wir haben sie mit dem wieder abgenommen verdammt er ist jetzt in der küche das ist jetzt doof nicht dass irgendwie sehen wo er da als nächstes hingeht wird aber wo habe ich denn mein tap hier was ist das jetzt 110 adwords der geht um 23 uhr ins bett haben wir keine hinweise beute haben wir schon müssen noch die küche fotografieren das ist natürlich jetzt doof ich rufe sowas und hier noch was wir denn mit denen hier baustufe drei sonst irgendwas wo ich da hier reinkommen kann ok die haben auf jeden fall ein pool er ist auf jeden fall zu hause haben die einen hund unbekannt haben wir auf jeden fall das heißt das sind zwei leute das ist denn hier los wir sind fast w6 ich muss nur noch ein paar sachen klauen komm schon mach hin dann guck mal die reichweise der kamera an ach guck dir das mal an komm 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 zur türe du nicht Okay, er ist also im Garten. Wir haben noch einen Hund. Wir wissen aber nicht, wo der ist. Wir haben auf jeden Fall eine Kamera hier. Die haben Rollläden. Das heißt, die haben da andere Sachen drin. Die habe ich jetzt auch. Die rennt jetzt weg. Alter, ich wollte doch nur nach der Toilette fragen. Aber haben wir jetzt die Maske automatisch auf? Müssen wir gleich mal gucken in dem Auto? Im Auto müssen wir gucken. Das ist der Zombie wieder hier. Die sind ja aufmerksamer jetzt, weil wir Tag des Einwuchsbesuchseins haben. Heute könnt ihr mal schneller machen. Ich muss so ein Foto von der Küche machen. Oder ein Selfie von der Küche. Die haben mittlerweile auch so Ereignisse tagtäglich. Einmal den nächsten haben wir geklaut. Da haben wir Opa. Er wollte dann nur Selfies machen. Ich muss gleich mal gucken, wo meine Drohne ist. Auch wenn nämlich gleich. Die haben Bock an Geburt. Top 3. Aber ich weiß nicht, wie man das kauft. Check gefunden? Okay. Das war jetzt zuvoll, dass ich den gefunden habe. Wird bei Black Bay gebraucht. Behalten wir den mal. Okay, dann gehen wir mal gucken. Er müsste schlafen sein. Okay, er ist schlafen. Nein, jetzt brauche ich einen Glasschneider. Was? So, Oto. Nix drin, ne? Weil wir haben ihn vorhin erst ausgeraubt. Darum werden wir noch nicht respawned sein. Wähner es um das Finger. Das ist schlafen. Dann gehen wir mal auf dem, was ich, was ich warst. Okay, dann gehen wir mal. So, ich bin gespannt. Das ist eine große Hebrews. Dann gehen wir nach. Dann gehen wir nach. Dann gehen wir nach. Oder gehen wir nach. Wir sind 20, das hier. Ja, ich bin gespannt. Wir sind 80, das hier. Dann gehen wir bis zum nächsten Mal. auch nämlich noch ein bisschen was an xp hier wenn haben wir denn jetzt sonst noch lass mich schauen den haben wir fertig fertig kann habe ich noch nicht die endersen ein paar dinge zu erschlagen 108 da müssen wir noch gucken bisschen hab ich auch noch nicht pennies perrys habe ich auch noch keine infos obwohl das niveau 9 8 ist niveau oder meint er die fähigkeitsstufe watts willa 12 13 polizeistationen heute haben wir noch einständiges system chefbüro müssen aber keine ok das heißt wir haben jetzt noch offen die hunderter gibt es zwei missionen und die jefferson haben wir noch ein verdächtiges paket in der 101 sollten wir wohl hinkriegen da oben ist die 101 wir haben ja noch ein telefon ich weiß nicht was das ist das ist eine telefonzelle einfach ach die sind das mit 101 jahr da aber der hund könnte im haus glaube ich sein das ist ein verdächtiges paket und entdeckt zu werden und ist der im haus und zu machen da komme ich natürlich nicht rein ok sie ist auch auf jeden fall noch hier wo ist der hund die ganze zeit und zumal badezimmer 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 ok hätte ich hier ab 3 uhr hätte ich die möglichkeit reinzugehen wenn ich weiß wo er ist eine stunde weil er dann ins badezimmer gehen würde und ich muss ins badezimmer doch ich muss daneben ins zimmer oh mein gott das ist doch doof das ist natürlich doch wie mache ich das dann dann habe ich noch habe ich noch hunde leckerlis muss man in die ok rennt also raus es hieß ich könnte gleich wenn sie weg geht versuchen ins haus einzusteigen die frage ist komme ich durch die vordertür rein ach leck mich doch ich brauche schufe 3 ja dann hat sich das erledigt ja dann ist das wieder verschwindung gewesen ist noch immer was klauen und dann nämlich nicht rein die 100 können wir noch probieren doch auch hier irgendwo sein ich könnte mal gucken was das für ein telefon hier ist hundertfünf ich bin ja nicht davon begeistert sachen auf zeit zu machen das ist oben wo soll man eigentlich hinkriegen das ist sogar noch in der küche da ist ich will ganz gerne auch die pizza stehlen aber die kann ich leider nicht mitnehmen was denn jetzt weiß ich nichts von die mache ich wieder schnell zu nein gelegentlich keine ahnung mache ich gleich aus obwohl warte mal nee brech das mal ab hier der steht nämlich gleich auf jetzt habe ich auf jeden fall warte mal wir haben ep bekommen ne könnten das schlosser kranken stufe 3 freischalten kann ich nicht was wenn wir hier safe knacken stufe 8 erforderlich wahrnehmung maximale tasche erhöhen was brauche ich denn hier für stufe 9 oh man das ist doof welches level haben wir denn 8 ach das ist doch dämlich wie soll ich denn dann da reinkommen ich hole mal eben unser auto wir verkaufen die sachen und dann haben wir auf heute werden wir morgen mal gucken dass wir noch ein paar sachen geklaut kriegen oder ich werde da gleich versuchen noch ein bisschen zu farm sachen zu klauen ein bisschen das level gesteckt obwohl wir haben jetzt 8 uhr ja ich muss die videos jetzt schneiden damit wir die schnellstmöglich auch auf youtube bekommen wir machen morgen nochmal ne runde weil ich will auf jeden fall schlosser kranken stufe 3 haben und ich muss gucken wo meine drohne ist Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020